Mr. Freakle Den haben wir Zack Wunderbar, kommen die anderen jetzt auch, oder was? Jo, tatsächlich Halt dein Maul, Digga Haha So Also, wir wollten ja Wir wollten zu dem botanischen Garten Also müssen wir da hoch, das heißt in die Richtung eigentlich Da rennen wir mal hier durch Komm, die können uns eh nichts anhaben, die Verrückten Machen wir eher platt Wie die Richtung ist das? Na gut, ein bisschen rechts Und da dann noch lang Geht schon Arkham East Genau, da wollen wir hin Ja, ja Ist man hier überhaupt richtig? Ja klar Da müssen wir durch Jo, eigentlich schon Ist ja alles easy Äh Maul So Toll Hier kommen wir gar nicht mehr lang What the fuck Aber da oben Können wir lang Voll in die Eier So So Was sehen wir hier so rumläuft Wie viel haben wir denn hier? Sieben, okay Scheiße Jetzt hat er uns hier Na, Mangel Alter Wird nicht weggeworfen Alter, wo? Oh Hilfe Wo sie wieder überall rumlaufen So Ach da Alter Wo sind die denn? Was auch zu ihr? Ah Keine Angst Ich weiß, ihr habt geschickt Warum das Wort Was bestellt Der Lohn gehört Aber ganz schön Und die Ruhe So Mal schnell hier knacken Wo da rein können Wie nennt man jemanden Der drei Viertel Meiner Rätsel nicht lösen konnte Einen Batman? Okay Wunderbar Ah Alter, ich hab doch Ah, jetzt kommt er zu zweit hier Scheiße Ein Schlag Da liegt er So Ich glaube, denen werden wir noch öfter begegnen Hier, diesen Irren Ach Das wollte ich doch gar nicht Wollte hier gucken Alter, wie viele Dinger hier sind Wie viele Geheimnisse Krass Müsste da richtig sein, ne? Keine Zeit verschwenden Oh, wir haben Ach, hier liegt ein Gesprächsband Tonband, cool Patientengespräch Schauen hat er mir Hat er mir einen großen Gefallen getan Und wieso glaubst du, dass was er getan hat Hätte dir geholfen? Er hat mir eine größere Welt gezeigt Eine Welt, die ich beschützen muss Natürlich wurde mein erstes Angebot zurückgewiesen Angebot? Du hast versucht, jeden in Gotham zu töten? Manchmal muss man große Schritte im Leben machen, um etwas Neues entstehen zu lassen Mh, 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 okay Was zum tollen Warners? Ja Okay, die haben auf jeden Fall Waffen Können wir hier irgendwie hoch Irgendwo Scheint nicht Dann müssen wir sie so angreifen, irgendwie So Zack Das lief doch ganz gut Kommen wir da jetzt rein Tja Blöd gelaufen mal wieder, Batman Gibt es hier nicht immer noch einen anderen Weg? Hier sind Spuren Ach, was ist das da hinten? Da sitzt jemand oder so Ach Was ist mit denen denn? Er liest ein Buch Achso, die haben wir ja schon mal gesehen Stimmt ja Ich kann mich erinnern, Leute Also hier sind die Spuren Ist ja alles schön und gut, aber bringt uns nicht weiter Was ist das denn? Was ist das denn? Loll Ach, die Waffe ist im Boden verschwunden Ha Ja, hier müssen wir irgendwie rein Ach, da ist der Kasten Ja, siehst du, hab ich gar nicht gesehen Läuft bei mir Läuft bei mir Aber sind hier noch mehr Ach du Scheiße Ja, sind sie Scheiße, ich muss irgendwie hoch Ich muss hier weg Komm schon, schnell, schnell, schnell Wow, fuck, man Oh, fuck 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 Was zum Ich muss hier echt aufpassen Jetzt bin ich fast im Arsch hier Aber sowas von Shit Wie mach ich das jetzt? Wie haben die alle eine Waffe? Oha Shit Die haben alle eine Waffe Wie mach ich das denn jetzt am besten? Ich nehme die Tür Tja Ich glaube, das wird nix, Leute Ich kann's mir nicht vorstellen Jetzt sind sie auch noch beide da Shit, ey Er wird mich kriegen, das weiß ich Ich glaube, das wird nix Das wird nix Ich werde sterben Normal werde ich sterben, ja Fünf Stück, ey Wo sind sie denn alle da? Wo ist denn der eine? Hier müsste noch ein Einzelner sein Keine Sorge, Jungs Ihr könnt es schaffen Ihr habt keine Chance Da unten Okay Wie komme ich denn da ran? Dass die mich auch nicht sehen, ne? Eigentlich ein bisschen crazy Okay, ich nehme einfach den da unten Scheiß drauf Komm, schnell rein Scheiße Ich muss Gebiet erst sichern Kacke Ah Fuck, erwischt Runtergefallen Ja, das war klar Ist das nicht süß Die kleine Fledermaus schläft Einer von euch soll ihn fertig machen Okay Da sind wir zu heftig ins Geschehen gestürzt Da Müssen wir ein bisschen vorsichtiger vorgehen Können natürlich auch so machen So ist es natürlich noch besser Aber wir können uns nicht sehr weit bewegen Das ist scheiße Müssen wir eigentlich erst warten Aber Wo sind sie denn jetzt? Ach da Ah Oh, scheiße Das war jetzt Das war nicht so gut Fuck Das war gar nicht gut Ich glaube, das schaffe ich jetzt wieder nicht Shit Oh, kacke Ne, das wird nix Ah, shit Ich lebe noch Ihr Ratten Da war ich wieder zu blöde So, wie machen wir das denn jetzt? Oder wir warten, bis da einer vorbeikommt Äh, was mache ich denn hier? Ah, das dauert so lange, ey Ich hab Ich Mit warten habe ich es nicht unbedingt Ich bin nicht so geduldig Ich will angreifen Ich will euch platt machen Ich will weiterkommen hier Wenn der überhaupt einmal ganz rumlatscht Ich habe keine Ahnung Kommt überhaupt irgendjemand hier einmal rum? Ah, ich glaube schon Ich verstecke mich hier hinter Geht ja auch Eckendeckung What the fuck Genau so Na komm Mein kleiner Ja, komm Schön Die Treppen runter Na komm Komm Kann ich den jetzt so angreifen Hier Jawoll So, den haben wir Jetzt mal ganz vorsichtig hier wieder rein So Aha Sie wurden alarmiert Jetzt kommen die wahrscheinlich erstmal hier her Aber hier sehen sie mich ja wohl nicht, ne? Hier unten Denk ich mal nicht Komm schon, wach auf Er ist hier Die sehen mich ja doch Scheiße Oh toll, Leute Was ist das denn für ein Scheiß Okay Also das Spiel doch realistisch Scheiße Ich dachte, unten ist man top abgesichert Aber dem ist anscheinend nicht so Shit Also nochmal Komm jetzt schnell dahin Komm den könnte ich eigentlich nehmen, oder? Den könnte ich mir eigentlich schnappen Normal, ja Ja, das läuft auch Zwei haben wir schon Sehr schön So, also mal gucken Wie die sich aufteilen Keine Ahnung Die sind jetzt da unten Jetzt kann ich den angreifen Komm von der Seite Zack, okay Das ging auch schon mal gut Jetzt haben wir noch zwei Ne, drei noch Okay 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 So, also mal geht's